Hey yo Leute ich bin Fidel Ranglis von Missions und heute mache ich einen Strandvlog hier im Nackar. Los geht's! Ok jetzt zeige ich euch den anderen Strand über der Kurvottsbrücke. Das ist der Nackar Strand, der war hinter der Kurvottsbrücke in der Nähe der Innenstadt von Mannheim. Und dieser Strand ist über der Kurvottsbrücke, wie ihr seht. Genau da wo die Sonne ist, ist genau auf der anderen Seite dieser Nackar Strand. Das ist hier der zweite Strand, so zu sagen. Obwohl dieser Strand von diesen Videos existiert anscheinend länger als dieser Nackar Stand. Aber für mich ist Nackar Stand Nummer 1. Und dieser Nummer 2 Nackar Stand Nummer 1 Nackar Stand ist, zählt auch. Also für mich ist es komplett anders. Also hier ist halt noch ein Nackar Stand Vlog. Ja auch, kommt schon viele Sitzplätze. Aber dieser Nackar Stand mit diesem Zaun, das war ein super cooler Vlog. Dieser Nackar Stand, da ist halt nur außerhalb geräumig mit vielen Sitzplätzen und viel mehr Sand und außerdem viel Gebüsch. Und hier halt von unten, von innen, unterhalb dieses Baumgebüsch. Wie ihr seht, ist auch richtig chillig. Um sich vom Regen zu schützen. Das kann man auch an diesem Nackar Stand, habt ihr auch gesehen. Diese Regenschützer. Okay, dann gehts hier halt weiter. Ganz schön viele Steine. Hier kann man auch grillen. Also dieser Nackar Stand Vlog, den fand ich viel besser, als dieser Nackar Stand Vlog. Naja, ist nicht so gut geworden, weil der Stand nicht so perfekt ist. Naja, wisst was ich meine. Okay, denn dieser steinige Weg, der erinnert mich an damals, vor ein paar Jahren, da war ich ein paar Mal an so einem riesen steinigen Weg, von ganz unten bis ganz nach oben auf den Berg. Ich bin da nie so richtig oben angekommen. Aber dann bin ich ein paar Mal gegangen. Und das letzte Mal, was auch neben dem sein wird, weil jetzt mache ich ja sogar Youtube. Seit langem. Aber das war vor meiner Youtube Karriere natürlich. Jetzt ist es wegen meiner Youtube Karriere und jetzt kann ich halt einen Stand Vlog machen. Sogar den, den ich euch gerade nicht mal geklärt habe, dass ich das letztes Mal geschafft habe. Bis ganz nach oben, davor nur zur Hälfte. Und das ist halt immer noch dieser Stand. Okay. Okay, das war's mit dem Video. Ich hab euch das Video gefallen. Jan, gebt einen fernen Daumen nach oben. Bitte an meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.